Die Bitcoin-Reserven sind auf einem Jahrestief angelangt. Die Bitcoin-Reserven von Handelsplätzen sind auf den niedrigsten Stand seit Jahresbeginn gefallen, berichtet CryptoQuant. Das verfügbare Angebot liegt bei 2,26 Millionen Bitcoin, ein Rückgang von etwa 13 Prozent im Jahresverlauf. Laut CryptoQuant könnte dies auf einen geringeren Verkaufsdruck hindeuten und einen Bullenmarkt begünstigen. Ein Grund könnte die zunehmende Akzeptanz von Selbstverwahrungsstrategien sein, wodurch weniger Bitcoin an Börsen verfügbar sind. Das könnte die Kursentwicklung stabilisieren. Anleger sind möglicherweise daran interessiert, Bitcoin über einen längeren Zeitraum zu halten. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.